18 Kilometer mit 20 Hindernissen Die große Challenge Rosarios Next Top Athlete Heute ist es soweit, der Tag der Entscheidung Die Sportler um Rosario sind in der Eifel und treten an zur großen Challenge Tough Manner, 18 Kilometer bei 20 Hindernissen Nun bloß nicht nervös werden, denn jeder ist gut vorbereitet Na dann, lasst uns beginnen! Darauf waren alle vorbereitet Es geht durch Schlamm und Dreck Wir wollen die Gord! Wir wollen die Gord! Wir wollen die Gord werden, die Gord werden Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.